Hier sehen Sie jetzt das zweite Objekt, direkt hinten an der alten Laderampe, von denen früher die LKWs direkt auf die Flachbord- oder Niederbordwagen, wie sie wohl heißen, gefahren sind. Hier ist genau der Ausschuss, der alte Weg, die alte Rampe. Ich würde mich freuen, wenn ich eine der beiden Objekte mieten dürfte. Danke!